Hallo, hier ist der Detlef von Wakenews TV, Wakenews Radio. Ich begrüße euch heute zu einer wichtigen Durchsage, da wir ja auch etwas Positives unternehmen müssen, um unseren Mitmenschen zu helfen. Im Rahmen der Vereinigung gegen Ungerechtigkeiten engagiere ich mich unter anderem auch für die Hartz-IV-Opfer, die es in der BRD überwiegend gibt. Natürlich gibt es Not und sozialen Notstand eigentlich überall, aber Hartz IV ist das, was die DIMS, die dominante irrsinnige Minorität, gerne in ganz Europa, vielleicht weltweit einführen möchte. Und dagegen möchten wir etwas tun, denn das müssen wir unbedingt verhindern, weil das ist der Weg in die Sklaverei. Und deshalb möchte ich euch heute Folgendes vorschlagen, weil es erreicht mich also sehr beunruhigende Informationen seitens Betroffener aus der BRD, denen also die Lebensgrundlage gestrichen wird und die sich also selbst einfach gar nicht helfen können. Und denen müssen wir unter die Arme greifen. Und aus dem Grund möchte ich hier folgende Initiative starten mit euch zusammen, nämlich eine Aktion gegen diese Notstände, und zwar eine Aktion Survival-Paket für Hartz-IV-Opfer. Denn hier kamen die Informationen zu mir, dass also Leute nicht mal mehr was zu essen haben. Und wir wissen, wie das ist. Das geht relativ schnell, dass man dann einfach ganz handlungsunfähig wird. Viele Leute sind ja auch ein bisschen hilflos in der Situation. Und denen kann man also von überall und jederzeit helfen, indem man ihnen einfach ein entsprechendes Survival, ein Überlebenspaket mit Lebensmitteln und notwendigen Dingen zusendet. Und das können wir relativ unbürokratisch sofort ohne großen administrativen Aufwand tun. Dazu möchte ich auffordern mit diesem Video und dieser Durchsage und dieser Ansage. Und ich habe hier beispielsweise mal eine Liste zur Verfügung gestellt für den Inhalt eines solchen Survival-Pakets, wobei das gerne vervollständigt werden kann. Hier sollten zum Beispiel folgende Dinge drin sein. Grundsätzlich natürlich immer beachten, bitte keine Glasverpackungen verschicken. Karton- und Plastikverpackungen immer extra mit einem Zellophanbeutel, also Kunststoffbeutel oder ähnliches vor Nässe schützen und einwickeln. Lebensmittel sollten keine schädlichen Inhaltsstoffe wie Jodsalz, künstliche Süßstoffe oder sonst irgendwas enthalten. Ihr wisst mit den E-Nummern und so immer mal ein bisschen drauf Acht geben. Was könnte der Inhalt sein? Ich habe hier mal eine Auswahl zusammengestellt. Es muss natürlich etwas sein, was dort auch unbeschadet eintreffen kann, trotzdem genießbar und essbar ist und sofort eine Not lindern hilft. Beispielsweise Dosenbrot eingepackt, abgepacktes Brot oder Toastbrot oder Schwarzbrot, aber bitte auf Qualität achten, Fleischkonserven, Fertiggerichte, Fertigsuppen, Soßenpulver, Dosenmilch, Haarmilch, Rosinen abgepackt, ungeschwefelt, Cerealien, Müsli, Reis, Nudeln, Nudelsoße, aber am besten in einer Dose, eben wegen des Auslaufens bei Glas, das kann relativ schnell kaputt gehen und dann ist der ganze Inhalt unbrauchbar möglicherweise. Dann abgepackte, haltbarer Speck oder eine Würstchendose, eine Nudelsoße-Dose, sagte ich schon, Dosenwurst, Fischkonserven, Bohnenkonserven, Trockenbohnen, Kakaopulver, Kaffee, Mayonnaise-Tube, Ketchup-Tube, Senftube, Salztütchen, die gibt es übrigens in der Gastronomie immer gratis zu erhalten, genauso wie Pfeffertütchen, Zucker, Zuckerwürfel, idealerweise Rohrzucker oder Naturzucker und wer es irgendwie entbehren kann, jedes Paket sollte in einem Umschlag natürlich den Absender mit E-Mail-Adresse des Versenders enthalten, damit man sich bedanken kann und natürlich auch einen kleinen Geldschein, entweder einen Fünfer oder einen Zehner oder einen Zwanziger Euro in Alufolie einwickeln und je nachdem, was man also entbehren kann. Also danke für euer Engagement, hier ist der Detlef von Wake News TV und Wake News Radio, die Vereinigung gegen Ungerechtigkeiten und ihr wisst, ich bin immer dienstags und donnerstags zwischen 16 bis 18 Uhr live, auch bei Okitalk zu empfangen, okitalk.com, hier ist Wake News Radio natürlich inzwischen auch wieder dabei, selbst senden zu können, ihr könnt also auch auf die wakenews.net, Wake News Radio Seite kommen, auch dort werden diese Sendungen immer mit übertragen. Ich danke euch und wer sich also da weiter informieren will, kann sich direkt an mich wenden, am besten hier die E-Mail-Adresse vgu.wakenews.net, wer also da Ideen hat oder noch andere zusätzliche Informationen für mich oder aktiv dabei sein möchte und uns helfen möchte, setz dich bitte mit uns in Verbindung. Vielen Dank, ciao. Vielen Dank, ciao. Vielen Dank. Vielen Dank.